Ersetzen Sie Ihre Öl- oder Gasheizung? Energiezukunft Schweiz unterstützt Sie dabei. Wir unterstützen Sie mit Fördergeldern, falls Sie eine bestehende Heizung durch eine Wärmepumpe oder Holzheizung ersetzen. In wenigen Schritten können Sie einen Antrag stellen. Bevor Sie Ihre neue Heizanlage bestellen, registrieren Sie sich auf unserer Website. Der Antrag kann von der Besitzerin, dem Besitzer der Anlage oder einer Planerin, Installateur oder Architektin eingereicht werden. Nach zwei Arbeitstagen kommunizieren wir den Förderbescheid und die Fördersumme. Die Höhe der Klimaprämie ist nicht begrenzt und abhängig von der CO2-Einsparung. Sie wird an den Besitzer der Heizanlage ausbezahlt. Die Heizungsbesitzerin erhält 50 Prozent des Geldes bei Inbetriebnahme – die zweite Hälfte nach einem Jahr. Die Fördergelder stammen von der Stiftung CLICK. Energiezukunft Schweiz ist der Partner für alle, die erneuerbare Energien ausbauen wollen. Das Ziel ist die Energiewende und eine vollständig erneuerbare Energieversorgung. Mit unserer Unterstützung können alle die Energiewende praxisnah und rentabel umsetzen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.